Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil des Steiner-Prinzips, denn nur mit der richtigen Nahrung kannst du dich auch wohlfühlen. Wohlfühlen hat ja nicht nur etwas mit Schlanksein zu tun, durch falsches Essen fühlst du dich oft müde, ausgelaugt, bekommst Bauchschmerzen oder wirst im schlimmsten Falle chronisch krank. Die Formel zum Wohlfühl-Ich lautet 70-20-10. Zu 70% spielt das Essen eine Rolle, zu 20% die Bewegung und nur zu 10% die Gene. Wenn du nur Blödsinn isst, kannst du durch Bewegung allein nicht effektiv abnehmen, aber mit Bewegung kannst du das Abnehmen beschleunigen und auch nachhaltig abnehmen. Wir haben dir hier Lebensmittel aufgebaut, um dir mal einen groben Überblick zu verschaffen, was gut für dich ist und was weniger. Prinzipiell solltest du ab sofort darauf achten, dass du so wenig raffinierten Zucker wie möglich zu dir nimmst. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt in etwa 10 Würfelzucker am Tag. Ja und für Kinder gibt es sogar noch eine Beschränkung, dass man weniger zu sich nehmen sollte. Bis drei Jahre etwa 5 Würfelzucker, Kinder bis sechs Jahre etwa 7 Würfelzucker. Ja und wir Erwachsenen, selbst wenn wir 10 Würfelzucker zur Verfügung haben, dann heißt es nicht, dass du damit deinen Kaffee süßen kannst, sondern es geht hier um deine gesamte tägliche Zuckerzufuhr. Insbesondere um den Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln, den du bis dato wahrscheinlich gar nicht als Zucker wahrgenommen hast. Zum Beispiel allein in diesem einen 250ml Glas Softgetränk hier oder aber auch Apfelsaft, hast du deinen Tagesbedarf fast schon verbraucht, denn es stecken ca. 9 Stück Würfelzucker drin. In einer Flasche ganze 36 Stück Würfelzucker, also mehr als das Dreifache deines Tagesbedarfs. Damit du auch weißt, wo sich der Zucker versteckt, ist es wichtig, die Nährwerttabelle auf den Verpackungen zu lesen. Das ist recht einfach. Hier stehen die Angaben immer in Gramm pro 100 Gramm oder in Milliliter pro 100 Milliliter. Beispiel, hier steht 43 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Ein Stück Würfelzucker hat 3 Gramm, also teilst du 43 durch 3 und erhältst ungefähr 14 Stück Würfelzucker. Auch Produkte, die harmlos aussehen, können viel Zucker enthalten, so wie dieser Rotkohl hier. Ist der Gemüse, hat also kaum Zucker, denkst du dir. Weit gefehlt. Dieser industriell verarbeitete Rotkohl hat im Schnitt unglaubliche 25 Stück Würfelzucker pro Dose. Wenn du dir notierst, was du so den ganzen Tag an Zucker isst, bin ich mir sicher, konsumierst du weit mehr als die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 10 Stück Würfelzucker. Ja, und um der Zuckerfalle zu entgehen, isst du ab sofort möglichst nur natürliche, unverarbeitete Lebensmittel. In verarbeiteten Lebensmitteln stecken häufig neben dem Zucker auch zu viel Salz und billiges Fett und jede Menge Zusatz- und Konservierungsstoffe, die allergische Reaktionen auslösen können. Wir haben dir eine Liste aus Grundnahrungsmitteln zusammengestellt, die du dir ganz bequem herunterladen kannst und auch bei deinem nächsten Einkauf mit in den Supermarkt mitnehmen kannst. Von den vielen Zuschriften und den Fragerunden bei meinen Lesungen weiß ich, dass viele Menschen gerne Softgetränke, Energydrinks, Kaffeemixgetränke und Säfte trinken. Wenn du auch dazu gehörst, dann bitte ich dich, lass die Finger weg davon. Ich weiß, das sagt sich leichter als getan, aber ab sofort beginnst du bitte, diese Getränke drastisch zu reduzieren. Ich sag dir auch gerne warum. Diese Getränke enthalten viel zu viel Zucker, und zwar künstlich hergestellte Fruktose und Glucose. Fruktose, also Fruchtzucker, wird über die Leber verstoffwechselt. Die Leber verwandelt Fruktose in Fett und lagert dieses Fett rund um deine Organe ab. Dieses sogenannte viszerale Fett wird von Experten als hochgefährlich eingestuft, da es an fast allen Krankheiten, mit denen Übergewicht einhergeht, maßgeblich beteiligt ist. Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Unfruchtbarkeit, Demenz und Krebs. Wer also tagtäglich diese Getränke in größeren Mengen konsumiert, läuft Gefahr, eine Fettleber zu bekommen. Auch nicht-alkoholische Fettleber genannt. Ich nenne sie immer Menschenstopfleber. Gänse bekommen ihre Fettleber ja auch nur, weil sie gnadenlos gemästet werden. Und viele Nahrungsmittel machen mit uns nichts anderes. Die positive Nachricht ist aber, das viszerale Fett reagiert sehr schnell auf Kalorienentzug und Sport. Das heißt, es schmilzt viel schneller als andere Fettdepots. Ein Grund mehr also für dich, ab sofort nach dem Steiner-Prinzip zu leben. Wo du gerade von nicht-alkoholischer Fettleber sprichst. Alkohol ist auch nicht zu verachten. Er wird ebenfalls über die Leber verstoffwechselt. Er wird dort in freie Fettsäuren umgewandelt und lässt die Blutfette ansteigen. Dazu kommt noch der Zucker, zum Beispiel im Weizenbier, der zusätzlich noch verarbeitet werden muss. Unsere Leber schuftet also enorm, wenn du tagsüber Softgetränke oder Fruchtsäfte trinkst und abends noch Alkohol. Daher bitte den Konsum drastisch einschränken und vor allem da verzichten, wo es dir am leichtesten fällt. Ja, und Glucose steckt ja auch noch in diesen Getränken. Also eine weitere Zuckerart. Um die Glucose kümmert sich das Insulin, das die Glucose unter anderem wo abliefert? Genau, in deinen Fettzellen. Es sei denn, du bewegst dich und verbrennst den Zucker. In den kommenden Wochen erklären wir dir den Stoffwechsel, wie er funktioniert. Und am Ende weißt du fast schon im Schlaf, was für dich gut ist und was weniger. Und ich bin mir sicher, es geht dir dann so wie uns. Du willst dann gar nicht mehr dieses ganze hochverarbeitete Zeugs essen, sondern hast Spaß daran, dir dein Essen mit natürlichen Lebensmitteln zuzubereiten. Gemeinsam werden wir in den kommenden Wochen lecker kochen und genießen. Exakt.